Studien und Plaudereien im Vaterland Willkommen, willkommen, Luis und Otto! Wie ich mich freue, Sie wiederzusehen! Recht herzlich willkommen! Und wie groß Sie geworden sind! Waren Sie immer recht wohl? Ich danke Ihnen, Herr Meister. Wir sind wohl und glücklich und ich freue mich auch, Sie so kräftig zu finden. Ja, ja, ich bin recht kräftig. Das macht die Arbeit, meine Freunde. Die Arbeit, die wir lieben, stärkt uns, nicht wahr? Aber kommen Sie, nehmen Sie Platz. So, erzählen Sie mir, wir haben uns lange nicht gesehen. Aber Luis, was ist denn das? Ich höre ja kein Wort von Ihnen. Bruder Luis fürchtet sich. Fürchtet sich? Ja, fürchtet sich, Deutsch zu sprechen. Aha, ich verstehe. Freund Luis denkt, nun habe ich so lange kein Deutsch gesprochen und gelesen und alles vergessen. Wie? Denkt Luis nicht so? Ja, Herr Meister. Bravo, Luis, bravo. Das war ein Anfang. Sprechen Sie zu. Aber ich kann nicht. Nur Mut, mein Freund. Sie haben so viel gelernt und alles so gut, dass Sie es in vielen Jahren nicht vergessen werden. Sie schütteln den Kopf? Sie glauben es nicht? So tat auch ich einmal, da ich fremde Sprachen studierte. Das aber weiß ich nun. Eine Sprache, gut studiert, wird in uns ein lebender Organismus und fasst tiefe Wurzeln. Wie ein Baum in Mutter Erde. Im Stillen wächst er. Der Stamm wird stark, er grünt und eines schönen Morgens steht er da in Blüten. Ganz so ist es mit einer Sprache. So? Ihre Worte machen Luis glücklich, nicht wahr, mein Bruder? Ja, ich habe wieder Mut. Ich muss wieder lernen und schnell und perfekt lernen. Denn wissen Sie nicht, Herr Meister, dass Bruder Albert hier ist? Wirklich? Ja, er ist letzten Donnerstag angekommen. Nun, das freut mich. Ihre Eltern sind wohl recht glücklich. Ja, und wir alle. Otto, Schwester Martha und ich. Das will ich glauben. Auch wir halten hier einen lieben Gast. Wollen Sie einen Augenblick entschuldigen? Ich will nur jene Türe öffnen. Meine Damen, haben Sie doch die Güte, hereinzukommen in mein Studierzimmer. Ah, Fräulein Bella. Guten Tag, Fräulein Martha und Fräulein Bella. Wie befinden Sie sich, meine Damen? Meine Herren, ich wünsche einen guten Tag. Ach, ich bin so froh, Sie wiederzusehen, Herr Otto und Herr Luis. Ich wusste nicht, dass Sie hier waren, Fräulein Bella. Das ist ein unerwartetes Glück, Sie hier zu finden. Fräulein Bella, ich habe eine Neuigkeit für Sie. Raten Sie einmal, was mag das sein? Herr Luis hat wieder ein neues Pferd. Oh nein, Fräulein Bella, das ist es nicht. Ich wusste, dass Sie es nicht erraten würden. Herr Albert Parks, der junge Doktor, ist wieder hier. Wirklich? Das ist schön. Oh, Fräulein Martha, Sie müssen meinen Bruder Albert sehen. Er ist ein Doktor. Oh ja, und versteht alles, glaube ich. Kisten und Kasten voll Bücher hat er mitgebracht. Instrumente und Rapiere. Sie sollten einmal sehen, wie er fechten kann. Das hat er auf der Deutschen Universität gelernt. Und heute Morgen hat er mich gelehrt, das Rapier zu führen. Sehen Sie, so? Oh, er kann gut fechten und er ist so stark, nicht wahr, Otto? Jawohl. Hat er auch einen Bart? Oh ja, sehen Sie hier. Einen Schnurrbart, Luis. Ja, einen Schnurrbart hat er, einen langen Schnurrbart. Ich weiß sehr viel von Ihrem Herrn Bruder. Wieso, mein Fräulein? Durch Fräulein Bella? Wo haben Sie meinen Bruder denn gesehen, Fräulein Bella? Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber meine Freundin, Frau Doktor Stellen aus Köln, hat mir von ihm geschrieben. Auch Anna hat geschrieben. Wirklich? Hat Anna geschrieben? Auch an mich? An Sie? Das können Sie doch wohl nicht gut erwarten, Sie böser Mensch. In dieser langen Zeit haben Sie uns ganz vergessen. Oh, ich weiß alles. Ihre Pferde haben Sie dressiert, Sie tanzen gelehrt und recht graziös zu gehen im spanischen Schritt. Oder Sie waren in Ihrem Boote auf dem Wasser. Aber haben Sie auch nur einmal an Ihre alten Freunde gedacht? Ich weiß es wohl. Otto hat Ihnen geschrieben, was ich getan habe. Was ich gedacht habe, konnte er Ihnen natürlich nicht schreiben. Aber glauben Sie nur, ich habe oft an Sie gedacht und habe oft den Augenblick herbeigewünscht, wann ich Sie wiedersehen sollte. An mich gedacht, aber nicht an mich geschrieben. Fräulein Bella, Sie sind zu hart gegen meinen Bruder. Ja, Bella, du bist recht grausam. Sieh einmal, wie traurig Louis ist. Soll ich ihm vergeben, dem leichten Herrn Louis? Was sagen Sie, Herr Meister? Ja? Nun, ich reiche Ihnen meine Hand und verzeihe Ihnen dieses Mal. Sie sind so gut. Nun wollen Sie auch den Brief hören, ist es nicht so? Ja, ja. Nun gut, hören Sie zu. Ich lese zuerst Frau Dr. Stellens Brief. Meine lieben Freunde in Amerika, Euch allen wünsche ich Gesundheit und ein Leben so glücklich, wie wir es hier führen. Euer letztes Schreiben hat mir viel Freude gemacht und ich schreibe heute Deutsch, weil ihr es wünscht. Wir hatten vor kurzem einen Besuch. Herr Dr. Albert Parks, ein Bruder eurer Freunde Otto und Louis, war bei uns. Anna war, wie ihr euch leicht denken könnt, sehr glücklich, einen Amerikaner zu sehen und Englisch zu sprechen. Mit uns spricht Anna nur Deutsch. Der Herr Dr. hörte es und rief, ist es möglich? So kurze Zeit haben Sie Deutsch studiert und verstehen so viel und sprechen so gut? Da muss ich mich schämen, denn ich habe mehr Zeit gebraucht. Ich kann Sie versichern, ich kenne Landsleute hier, die ein Jahr und länger in Berlin und in Leipzig waren und weniger sprechen und verstehen als Sie. Ja, ja, der Herr Dr. ist ein liebenswürdiger Mann. Nachmittags waren wir auf dem Rhein und wie der junge Dr. da stand, vorne am Schiff, hoch auf dem Deck, voll jugendlicher Kraft und wie der Wind seine Locken und seinen Mantel bewegte, da kam er mir vor wie ein Kapitän, der im Sturm mit sicherer Hand das Schiff regiert und festen Auges den Männern gebetet. Er sah unseren Rhein. Auf grünlichen Fluten gleiten wir dahin, links und rechts erhebt sich die Erde, darauf schattige Bäume und freundliche Häuser. Darüber hinaus ragen die Türme und über diesen die Berge und über allem der weite Himmel und herunterstrahlt die Sonne warm und mild. Das Auge sieht hinauf zu diesem Himmel. Welch ein süßes Blau! Das Auge sieht hin zu den weißen Wolken, die dahin fliegen, leicht und rein und in tausend verschiedenen fantastischen Formen. Und wieder herab senkt sich das Auge zur Flut, die so kühl und so klar dahin wallet und so friedlich. Nichts trübt, soweit das Auge reicht, die klare Flut. Nichts stört den Frieden der spiegelglatten Fläche. Die Sonne taucht ihre Strahlen in die Fluten und es blinkt in den wunderbarsten Farben. Und die würzig Luft sauge ich ein und fühle mich erquickt. Ich schließe die Augen. Ich will nichts mehr sehen. Hören nur will ich das Säuseln des Windes, das Rauschen des Wassers. Oh, welche Musik! Ich vergesse die Erde, vergesse alles um mich und höre und höre den Ton einer Glocke. Zu Tisch, meine Damen und Herren, ruft der Steward. Schnellen Schrittes eile ich hinab zur reichen Tafel, wo Freunde warten. Das Beste der Erde bietet man mir zur Speise und einen Wein von unserem Rhein zum Trinken. Der ist wie der Nektar der Götter, und ich labe mich. Aufblickend sehe ich zur rechten und zur linken freundliche Dörfer und grünende Felder und blühende Gärten, Berge mit Weinlaub bedeckt. Graue Burgen stehen auf Felsen und erzählen von alten Rittern und ihren Taten. Und die mächtigen Felsen, die stolz und hoch dastehen, sprechen von alten Zeiten, da wilde Elemente darin brausten, als wollten sie alles mit sich reißen. Aber sie, die Felsen, waren da und hatten sich dagegen gestemmt mit fester Brust. Unter allen Felsen aber ragt einer hervor. Stolz erhebt er das Haupt. Denn gezwungen hat er bis heute die Wogen des großen Stromes, die zu ihm kommen, und dann ihren Weg verlassen und gehen, wie er ihnen vorschreibt. Alles hält er in respektvoller Ferne und wehe dem Bote, das ihm übermütig zu nahe kommt. Frohes Lachen und melodisches Singen tönet er ab vom Deck des Dampfers. Neben mir links und neben mir rechts sitzen glückliche Menschen, die sich mit mir freuen, und in allen Augen könnt ihr eines nur sehen, die Zufriedenheit. Himmel und Erde, Wasser und Luft, Tiere und Menschen sind hier in Harmonie. Ist mein Brief zu lang geworden? Ich fürchte fast. Das Beste habe ich aber vergessen. Ich muss doch über unsere kleine Tochter schreiben. Jeden Tag wird sie größer und klüger und schöner, und sie ist so lieb und so süß, dass wir keinen Namen finden können, gut genug für sie. Mein Gemahl nennt sie immer, du kleiner, süßer Engel. Und wenn ich sie so rufe, hört sie. Mein einziges Gebet ist früh und spät, dass der liebe Gott sie uns erhalten möge. Nun will ich aber meinen Brief beenden. Herzliche Grüße von meinem Gatten und mir, an euch und alle Freunde und viele, viele Grüße an das schöne Land Amerika. Eure treue Freundin, Klara Stellen. Dieser Brief ist aber poetisch, mein Fräulein. Hören Sie nur weiter, jetzt kommt noch ein kleiner Brief von Anna. Teure Schwester und teure Freundinnen, wenige Worte will ich heute an euch schreiben. Es ist bald 8 Uhr und wir gehen in das Konzert. Ich wünsche nur, ihr könntet alles hören und sehen wie ich. Tausend Küsse und tausend Grüße von eurer Anna. Nachschrift? Schreibt mir bald, bitte, bitte. Ich will wieder Deutsch studieren, ich will. Aber Luis, was ist dir denn? So sprich doch nicht so laut. Ach, Herr Meister, warum können wir denn nicht studieren wie früher? Das war ja so schön. Lieber Papa, können wir nicht einen deutschen Verein bilden? Was meinst du, Papa? Wohl, meine Tochter, ich lege alles in deine Hände. Mache den Plan, ordne, was nötig ist. Ganz wie du meinst. Ich bin mit allem zufrieden, was du tust. Ich auch, Fräulein Martha. Das war ein guter Gedanke von dir, Martha. Ich wurde immer traurig, wenn ich an den langen Winter dachte. Anna nicht bei mir und ich so allein. Aber nun aber beginnt die Sonne mir wieder zu scheinen. Wer zur deutschen Gesellschaft gehören will, rufe ich. Ich und ich, ich und ich und ich. So wären wir fünf und unsere teure Mama wird auch kommen. Ich werde sie bitten. Und Gretchen auch. Gewiss, Gretchen kommt. Aber wo ist Schwester Gretchen? Sie ist da in ihrem Zimmer. Psst, hören Sie. Sie liest ihrer Mutter vor. Hören Sie. Wenn der Frühling auf die Berge steigt Und im Sonnenstrahl der Schnee zerfließt Wenn das erste Grün am Baum sich zeigt Und im Gras das erste Blümlein sprießt Wenn vorbei im Tal nun mit einmal Alle Regenzeit und Winterqual Schallt es von den Höhen bis zum Tale weit Oh, wie wunderschön ist die Frühlingszeit Wenn am Gletscher heiß die Sonne leckt Wenn die Quelle von den Bergen springt Alles rings mit jungem Grün sich deckt Und das Luftgetön der Wälder klingt Lüfte lind und lau Würzt die grüne Au Und der Himmel lacht so rein und blau Schallt es von den Höhlen bis zum Tale weit Oh, wie wunderschön ist die Frühlingszeit Sie deklamiert schön, nicht wahr, Otto? Sehr schön, in der Tat Ich glaube, das war ein Gedicht von Friedrich von Bodenstedt Ich glaube, das war ein Gedicht von Friedrich von Bodenstedt Ich glaube, das war ein Gedicht von Friedrich von Bodenstedt